Oh nein, hey, ich hätte es so verdienen, Mann, ich hätte es so verdienen. Oh, Digga, das habe ich mir mit dem Bildschirm voll gespuckt. Marvin, fick meine Eier, du bist ein Ficker! Ding Dong, schön, dass ihr wieder einschaltet heute. Eine Map-Empfehlung aus der Community, Corallis-Gerät vom Günther. Ehre geht raus, danke schön dafür. Und Deko, heute im Rasum-Modus mal wieder, wir müssen mal wieder Skills zeigen. Oh yeah, Bonne, Jalobuchachos, der Skill-E- wird euch gezeugt. Auf geht's, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Hallo, wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Hunger. Guten Appetit, guten Rutsch und gutes Geschäft und guten Dienst und, ne? Glüht euch alle vom Ziegenmann gesegnet. Guten alles, genau, wir brauchen irgendwas, was wir dann zu allen sagen können. Gerne Vorschläge in die Kommentare, Vorschläge auch in die Kommentare. Wir brauchen nach wie vor, damals frustriert, heute rasiert Titel. Und da hilft nichts, einfach nur zu sagen, oder hilft es nicht einfach nur zu sagen, ja, alles, was über eine Stunde ging. Nein! Den hab ich auch gesehen. Richtige Folgendinger bitte, ja, dankeschön. Und nicht die Level Russian, vor der hab ich noch Angst. Ja, ich hab vor der auch, oh nein. Du musst oben fahren übrigens. Oh. Oh. Ja. Bist du durch? Bin durch. Bin durch, noch. Scheiße, was kommt hier? Alter, oben geht's irgendwie weiter. Mehr hab ich nicht gesehen. Also, Günther, dankeschön dafür. Nein! Nein! Das war beim Hochfahren in Richtungsechse. Ah! Digga, ich bin froh, es zu erlöchig. Eine Minute zwölf, beruhig dich, beruhig dich. Ja, meine scheiß dünnen Stadling, Junge. First Try, war nicht schlecht, muss ich sagen. Es könnte sein, dass das hier eine Map ist, die bei dem legendären Map-Erbauer-Duell auch erschienen ist, gebaut wurde deshalb. Ah, natürlich, weil du jetzt denkst, du meinst, bei der Aktion von... War wie? Bin extra hier geblieben, Alter. Alter, das war ziemlich knapp, Broody. Richtig fies, Sau, ey. Ja, wie gesagt, beim Hochfahren, ne, musst du wechseln. Da ist dann Speed, mit dem du dann in die Richtung wechselst. Also schön steil nach oben fahren und... Mehr Tipps kann ich dir nicht geben. Boah, ich glaube, du musst dann Richtungswechsel machen mit Speed. Habe ich aber geschafft. Aber guckt euch bitte das an, wie ich Marvin immer Tipps gebe. Immer. Hallo, immer ist absolut. Es kommt vor, ja. Ja, fast, sage mir fast immer. Okay, danach ein bisschen hoch und runter brezeln. Oh, jetzt habe ich Angst in meinem Höschen. Oh, das ist der Punkt, okay. Nein, bin schon wieder am Ende hängen geblieben. Oh. Zeit, stoppen, 2,20, let's go. Hallo. Das ist eine geile Map-Musik. Ich finde sie auch schon mal stark. Der Schwierigkeitsfaktor nicht abnormal ist. Das krasste bisher, dünne Sterne. Das kriegt Deko aber auch nicht. Ja, irgendwann schaffe ich das auch wieder. Unseren Partnern vorbei. Es gibt jetzt ja ein paar frische, neue Games. Instant Gaming, unser Key-Selling-Partner. Schaut da gerne mal vorbei. Oder Triebwerk. Und was? Was ist das Besondere an Instant Gaming, Muchachos? Da fallen mir direkt zwei Sachen ein. Erst einmal gibt es bei Instant Gaming nicht nur Spiele für PC. Ah, da fallen sogar drei Sachen ein. Es gibt nicht nur Spiele für PC, sondern auch für PC, Playstation und Nintendo Switch. Außerdem bekommt ihr bei Instant Gaming den Spiele-Key, den ihr euch holt, direkt nach dem Bezahlvorgang zugeschickt. Nicht wie bei anderen Seiten, dass man da teilweise, manchmal dauert es nur ein paar Minuten, manchmal dauert es Stunden. Manchmal kommt es auch erst am nächsten Tag. Und dann Nummer drei, wie Marvin gerade gesagt hat, wir haben auch ein Gewinnspiel jeden Monat am Start bei Instant Gaming, bei dem ihr euch aussuchen könnt, was ihr gewinnen wollt. Ja, und einer der letzten Gewinner hat sich eiskalten 100 Euro Steam-Gutschrift da gegönnt. Und schafft das? Ja. Oh, das war ein bisschen knapp, aber jetzt muss ich nur das Wenden hinkriegen. Ach da, nur noch das Wenden. Da oben wird es immer richtig lustig, sage ich dir. Hoch und runter musst du fahren, hoch und runter. Hoch und runter muss ich, oh fuck. Du startest oben, jetzt nach unten. Und dann musst du gleich wieder nach oben. Und wieder nach unten. Und dann wieder nach oben. Und jetzt nur noch hier rein und dann hast du es. Also Bunchachos, Küste geht raus, checkt gerne Instagram ab. Wie gesagt, das Gewinnspiel. Jeden Monat startet das von vorne. Am letzten Tag des Monats wird ausgelost. Und ihr könnt euch aussuchen, was ihr gewinnen wollt. Wie gesagt, alle aktuellen Spiele, alle Spiele, die da sind, könnt ihr euch aussuchen. Oder auch eine Steam-Guthaben-Karte, eine Playstation-Guthaben-Karte, FIFA-Footcoins oder GTA-Shark-Karts. All das könnt ihr euch gönnen. Ich wünsche euch viel Glück dabei, falls ihr mitmacht. Link ist, glaube ich, auch in der Beschreibung. Natürlich. Checkt es aus und küsschen. Und Dankeschön für den Support natürlich. Oh, shit, Bruder. Oh, das war nix gut. Shit, hast du es geschafft? Kann ich nicht mehr weglachsen? Na, Logo, nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, fuck, ey. Okay, aber ich habe nur verkackt, weil ich schauen wollte, was da kommt. Und dann war mein Blick ganz kurz weg, Kuckuck. Okay, wo ist hier der Wallride-Wechsel? Noll. Ja. Hast du? Ja. Die ganze Haus jetzt verkackt. Ja, der war perfekt. Okay, aha, hier kommt ein Schmutziger. Und dann kommt noch ein Schmutziger. Habe ich? Zwei? Ja, zwei Schmutziger. Dann hier längs. Und dann ist das jetzt hoffentlich richtig, was ich hier fahre. Ja, Micha. Okay, Dinger, kommt da alles. Oh, fuck, jetzt hier durch dünne Stangen durch. Und aha, nein, nicht da. Nein, ich dachte, da wäre schon die Plattform, wo Ende ist. Nein, du wirst ihn wieder die Schmutzigen machen. Wie? Nein, ich komme hier gerade zurück. Ich fahre da gerade hin. Nein. Ah! Viko! Marvin, fick meine Eier, du mieser Ficker! Ey! Ey, du bist in mich reingefahren, ja? Du mieser Arschlutscher, Alter. Ey, geh irgendwelche Ziegenhoden ablecken, Mann. What the fuck? Ey, jetzt mal ernsthaft, jetzt mal ernsthaft. Ey, ich erzähle ihm sogar gerade noch. Ich komme jetzt zurück zu den Schmutzigen und Marvin einfach, ja, ja, ja. Ja, ist halt so, ne? Also, ich bleib jetzt hier. Ich will nochmal wieder daran erinnern, wie viel ich Marvin immer helfe und ihm wieder in seine Tipps gebe. Marvin, gib einfach einen Tick auf mich. Ey, rausfahren, rausfahren ist ein ganz anderes Level, ja? Tipps gebe ich dir auch immer noch mal. Ja, aber doch nicht! Du hast doch erst einen Ballride-Wechsel gemacht und sonst nix. Ja, die Koralle habe ich schon gemacht. Ist ja nicht so, als wärst du jetzt hier irgendwie schon 10 Minuten unterwegs gewesen, hättest du irgendwie dünne Stangen und ich weiß nicht, was noch gemacht. Wieso, was kommt da alles? Das vielleicht ist mir doch verstanden. Okay, ich bin jetzt auch knapp hinter dir. Was kommt da alles? Wo sind die dünnen Stangen? Das werde ich dir jetzt bestimmt noch erzählen, du Misaru-Cher. Okay. Ja, siehst du? Ja, sieh! Hä, was denn? Hast du verkackt? Nein, da will ich nicht. Noch nicht. Also, bisher kam doch noch nichts Krasses. Komm, zwei schmutzige, dann haben wir es. Ey, jetzt habe ich einen schmutzigen verkackt! Ey, ich hoffe, ich kann dich da jetzt auch hinficken, ja? Ich hoffe, ich kann dich da auch hinficken, ist gut, ey. Ey, ich schwöre dir, first try wäre ich so easy durchgekommen, ey. Was kommt jetzt noch? Nein, ich muss hier schnell abbauen, Digga. Hä? Nein! Nein! Nein, ey! Ich war so undercover, Alter. Du bist so eine Sackratte, Alter. Digga, du bist so ein Lutscher, Alter. Ich war viel weiter, er labert mich einfach voll, ey. Hä, du warst... Digga, du warst ein schmutzig und ein Vorreinwechsel weiter von dem Punkt, wo du mich gerade weggefickt hast. Oh, fuck, da ver... Das ist nix, ey. Oh, Digga, das hab ich mir mit dem Bildschirm voll gespuckt. Ja, ich hoffe, du hast was gegessen gerade noch, ey. Jetzt erst da... So, ey, jetzt hab ich auf jeden Fall noch einen Trollgut, ey. Digga, wenn überhaupt hab ich noch einen Trollgut. Wo hast du... Ich war weiter als du gerade, ja? Minimal weiter! Ja, ich war aber weiter. Aber von mir war es ne Rache. Dass du mich vorher nicht weggefickt hast, ich dich niemals da weggelackst. Das war ne Rache-Aktion. Ey, sag weggefickt, bin ganz normal gefahren, ja? Ey, jetzt... Ich sag mal so, ich werd's nicht drauf anlegen. Ich war jetzt zurück zu den Schmutzigen, beruhig dich. Ja. Ja, hallo? Könnten uns beim Waldwechsel entgegenkommen, vielleicht. Hab jetzt gerade die Koralle gemacht. Ich werde es nicht drauf anlegen, aber... Schicksal ist Schicksal. Ich war oben, ich war oben, Diko. Nicht, das war ich unten. Wo bist du? Ich war unten. Ich war unten. Oh, alter Schwede. Mach's doch nicht so spannend, ey. Zum Glück, hab's, dass du nicht oben gefahren bist, ey. Oh. Oh, schmutzig. Das heißt, du musst noch mal Koralle machen und dann wieder fahren, oder was? Und dann den Waldwechsel wahrscheinlich nicht machen. Äh, wohin muss ich hier? Nein, nein. Nein, ich dachte, ich komm von rechts. Du musst wirklich den Waldwechsel machen. Ich dachte, er ist links rein, aber es sah so aus, als wäre ein Micha. Wie, was? Ich hab ganz kurz vercheckt, dass ich von da komme. Also hast du den Waldwechsel gemacht? Ich komm jetzt zum Waldwechsel gleich. Okay, machen wir mir keine Tipps geben? Ey, ich schau's mir erst mal an. Du musst erst mal die Koralle machen, ne? Ja. Okay, ich fahr mal hier weg, sonst baller ich dich weg. Okay, also du musst den Waldwechsel machen. Rüber. Nicht geradeaus weiterfahren. Okay. Alter, stimmt sogar. What the fuck, ey? Aber da ist der Punkt, okay. Einfach schon sagen, was kommt denn jetzt alles noch? Auf der Fall, der fängt einfach noch ein Void an. Okay, aber verdient. Deko als erster hier. Das war verdient, Digga. So, Alter. Wollen wir schon sagen, ist schon verdient. Ey, ich fahr sogar noch raus an der Einstellung, um nicht nochmal wegzuäumeln. Also, wenn ich nicht mega viel Karma und Ehre verdient habe, gerade weiß ich aber auch nicht. Ich sag mal so, du hast den Troll wieder gut gemacht. Du bist ein Kind. Digga, wie frech er einfach ist. Mieser Chaco, Alter. Ich sag ihm einfach alles. Guck mal, deswegen, ja? Wie null dankbar Deko einfach ist. Man reicht ihm die Hand. Als hätte ich dir da vorhin auch alles gesagt. Man reicht ihm die Hand. Er nimmt die Machete aus seinem Rücken raus, Digga. Und schneidet einem die ab. Ja, warum ist die Machete in meinem Rücken? Weil du ihn da vorher reingeschlagen hast, ey. Du klebst sie an deinem Rücken, ja? Nee, nee, nee. Die hast du mir in den schönen Rücken reingesteckt, ey. Weil die steckt was ganz anderes hinten drin. Die hast du mir einfach in den Rücken reingestochen. Doll-Sturz-Legende, Alter. War einfach wie Mario im Deko rasiert hat, ey. Weil dir steckt was ganz anderes hinten drin. Das kann ich dir mal sagen. Okay, jetzt zieh mal zu hier. Ich warte sogar auf dich. Ja, ich mach jetzt, äh... Oh. Arschdrehung. Doppelte Arschdrehung. Ja. Wie hat es funktioniert? Nur ein Wechsel noch. Oh mein Gott, ey. Du hast alles keine Arschdrehung gemacht und nicht Vorhelfwechsel. Äh, nicht Koralle. Ja. Boxershort, ne? Dabei heißt das Teil hier sogar Korallis irgendwas, oder nicht? Boxershort, ne? Eigentlich Boxershort. Oh mein Gott. Du hast recht, wenn die Map sogar Koralle heißt, ey. Ach, wir müssen sogar hier unten fahren, Leute. War eigentlich nur so ein Troll. Ich fahr hier. Aber ich weiß nicht, ob hier irgendwo eine falsche Reihe ist. Scheint nicht so. Und jetzt kommt ein lustiger Wall-Effects, ne? Und ich klebe genau an deinem Arschloch. Das ist einfach perfekt. Oh mein Gott, ja! Oh, wir haben es beide geschafft. Oh, oh. Nein, bleib doch mal weg! Ja, ich fahr gerade extra langsamer. Okay, was soll ich machen? Das Gas drückst du. Oh, da oben, da oben, da oben, da oben. Ja, da oben, da oben. Ja, ja. Okay, habe ich. Jetzt kommt noch ein schmutziger. Ja. Gleich den ganzen Scheiß zurück, oder was? Wird es mich komplett wegholzen? Wahrscheinlich, wenn du jetzt hier, muss man eigentlich wenden. Oben an den Flugzeugpunkt fahren. Nein, es kommt eine Koralle, glaube ich. Ich glaube, es kommt eine Eiskarte, eine Koralle. Nein. Nein! Ehrlich? Oh, fuck. Oh, aber eine liegende Koralle. Ich weiß nicht, was ich... Ich bin einfach rausgegiert und ey... Scheiße! Ey, das war eine ganz normale Koralle halt, ne? Echt? Ja, ich hab... Ey, ich wusste sofort nicht, was ich mir machen sollte. Es sah aus, als wärst du ein bisschen verloren gewesen, ja. Ich habe eine ganz normale Korallenbewegung gemacht. Okay. Korallenbewegung. Eine Art Korallenbewegung. Oh, fuck. Jetzt muss ich... Oh, fuck. Oh, fuck. Scheiße. Ich fahr übrigens den ganzen Scheiß jetzt wieder zurück, ne? Ja, ich muss die Edward-Wand-Grad runterfahren. Ich fahr unten jetzt. Ich fahr oben, ich fahr oben, ich fahr oben. Ich fahr oben, ich fahr oben, ich fahr oben. Oh. Oh. Hä? Nein. Oh, okay. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier beim da unten fahren den Wechsel zurück machen. Das hätte ich, glaube ich, nicht mit mir gekommen. Muss man nicht? Nee. Muss geradeaus wieder da fahren. Und dann ist auch das Ziel da. Oh, eigentlich das Ziel da war der Punkt. Okay, jetzt muss ich da wieder eine Koralle machen. Wuii! Sopfen! Ich lebe ein Baby! Aber okay, ja, mit einer normalen Koralle wär's gegangen. Digga, dieser Moment einfach, wenn alles, alt F4, bluescreen, alles taucht auf, Digga, keine Ahnung. Aber nur in deinem Kopf. Ja, natürlich. Ja, jetzt muss ich den anderen Lachs nur noch hinbekriegen. Äh, hallo. Hinbekriegen, ja. runterfahren. Nein. Oh, ich habe den schmutzigen vergessen. Den Wechsel, ich wollte gerade sagen, den Wechsel vergessen. Und das ging noch einigermaßen. Okay, ja. Okay, ja, ich glaube, wir sind jetzt auch durch, oder? Kommt da noch was? Eigentlich, nee, nee. Jetzt geradeaus, einfach da bleiben. Kleiner Jump. Oh, geil. Also wirklich, diese Map ist, glaube ich, sehr, sehr hoch gerankt. Damals in den, wie hießen das Ding? Was nen Namen? Map-Erbauer-Duell oder so? Das Duell der krassen Map-Erbauer. Wettkampf? Auf jeden Fall haben wir ja bei so einem kleinen Turnier mitgemacht, wo wir bewerten durften. Und das war auch ein Anwärter. Wenn nicht sogar der Gewinner, es kann alles der Gewinner sein. Ich glaube, der Gewinner war irgendwas, der auf der Gamescom einem Anime-Fan erzählt. Irgendwas mit Full-Speed oder so. Ah, okay. Okay, ich habe gerade den Boost nicht bekommen, ne? Nein. Ja, nicht. Nein! Och, ich... Ja? Der ist, äh, hier, Koralle, wendende Arsch-Drehungen am Spiral nach unten fahren. Hm, I like. Da habe ich echt Probleme mit. Digga, was? Wo? Gib mal her hier. Was denn? Den schmutzigen. Welchen schmutzigen? Verkack ich gerade. Ziemlich häufig. Wie am Anfang, oder was? Ja. Wie? Weil ich nicht aufpasse. Aber jetzt... Nein, ey, du verarschkacke, Alter! Er fliegt bei Deko schon wieder. Ich fliege da immer viel zu hart raus, ey. Ich habe nur nach oben gelenkt. Ich habe nicht mal... Digga, ich fliege aber die schmutzigen nicht mehr hin. Warum, ey? Jetzt habe ich auch verkackt. Jetzt wieder, oder? Aber ich bin nach dem schmutzigen so weiter unten gedroppt. So, jetzt aber. Bleiben wir fern. Nein! Aha! War doch gar nicht so einfach, ne? Hey, ich... Hey! Ich habe dich vorgefahren lassen wollen. Okay, ich mache jetzt... Ist da ein Bumper oder ist da ein... Was da? Ich habe... Ich habe es noch nicht geschafft, da hinzukommen. Okay, jetzt ein Bumper. Haps. Einfach Arschdrehung, ganz easy, ganz am Ende. Aber ich kann die Arschdrehung nicht. Wo bist du? Hallo? Huhu! Wie er einfach nicht sagt, ne? Hä? Ich habe Huhu gesagt! Digga, Überraschungseffekt. Hallo? Oh ne, was ist das denn hier? Oh, ich habe es geschafft! Mit Koralle sogar. Mit Koralle bist du. Nein! Officer Shots für dich. Huh! Nein! Huuu! Huuu! Nein! Hey! Ich hätte es so verdient, Mann! Ich hätte es so verdient! Hey! Oh mein Gott! Oh! Digga, ich habe mich fast zweimal noch gerettet, ne? Ja! Ja! Ey! Ja? Digga, bei dem Brawl-Wechsel da oben einfach eine richtig krasse Kante drin gewesen. Eine Kante? Ja. Ich bin richtig hart auf der Kante oben abgeprallt. Ey! Also du musst den richtig, richtig Schmuf nehmen. Hast du mitbekommen? Hm, was denn? Ey, ich war Icecat schon durch, ne? Oder wie Deko so sagen würde. Durch! Ey, du warst durch! Ja! Ja! Und ganz am Ende haben mich einfach die Skill-Kräfte verlassen, Digga. Ich brauche noch sowas wie Kryptonit. Man könnte auch sagen, mein Affenhaare habe ich kurz geschnupft. Die Frage ist, hat dich dein Skill verlassen oder hat dich dein Karma eingeholt? Digga, mein Karma ist sowas von positiv. Naja. Digga, was mache ich da? Es funktioniert nicht. Ey Digga, es läuft aber gerade Null! Nein! Sick Arschkacke! Rückwärts fahren! Beim Runterfahren gebe ich kein Gas mehr. Und dann mit oben, nach oben Lenken überdrehen und nach unten Lenken die Leertaste und dann ist der Korallerich fertig. Ich darf es halt wie gesagt nur nicht so... Digga, ey! Ich fahr oben! Oh! Ja! Digga, wo kommst du denn her, ey? Alter... Aus welcher andere Welt? Ich habe die Koralle verkackt. Äh, den schmutzigen meine ich. Alter! Da bin ich da fast so nicht reingefallen. Wobei man auch sagen muss, ich habe das gesehen, in welche Richtung ich fliege und habe absolut nicht respawnt. Oh! Oh ja! Finally! Oh! Happy Day! Oh! Oh! Digga, ist sogar das Ziel! Happy Day! Schade! Die war echt zu kurz dann, ne? Ja! Aber hat mir gefallen! Eigentlich. Einlenken und damit... Also lang, viel, viel langsamer. Hallo! Digga, was war das denn? Das war... Okay, soll ich reinfahren? Ja! Ja! Aber da war nichts mehr, ja? Das heißt... Nee, da war nichts mehr. Zu dem Punkt dazu kommen und dann... Okay. Da habe ich zumindest alles gesehen, was kommt. Cooles Ding! Wirklich! Echt eine sehr geile Map! Aber leider zu kurz! Leider zu kurz! That was she said! Also... Komm! Nehmt euch! Oh oh! Nehmt euch ein Zimmer! Achneung! Oh! Koralle, ja? Warum nicht? Oh! It worked! Ich habe es geschafft mit Schatzschuss! Ich bin durch! Quasi im Ziel! Könnte man sagen! Könnte man sagen! Jawoll! Im Herzen ist durch! Könnte man sagen! Also Muchachos! Challenge für euch! 15 Minuten Challenge! Ja! Geht klar, oder? 15 Minuten... Ist schaffbar! Ja doch! Ist schaffbar auf jeden Fall! Ist schaffbar! Aber da muss man schon sehr gut durchkommen! Daumen nach oben! Also genau konträr eigentlich zu unserem Content! Der ist ziemlich schmutzig! Aber die Map war ziemlich clean! Und Daumen nach unten! Und Ballern! Dankeschön für euren Support! Bis dann! Reingehauen! Ciao, ciao! Ciao, ciao vielen Dank. Ciao, ciao! Vielen Dank.